...eine sehr verehrten Damen und Herren, in der roten Ecke, er vertritt das Top-Team von Reit aus Voronisch, Russland, sagen Sie, Dobro Vietje, Wladimir Pikero! ...eine sehr verehrten Damen und Herren, der Kämpfer zu meiner Rechten kämpft aus der blauen Ecke. Ich kenne ihn als Striker, sein Zuhause Pugner-Partens aus Deutschland, Thomas Wunderlich! Ladies and Gentlemen, Nordin-Astria-Unpartei, Schirmring-Mittelgewicht, sagte ich bereits, das Limit, ausgemachte Distanz, zwei Runden nach fünf Minuten. So, da bin ich mal gespannt, da bin ich mal richtig gespannt, denn das Team Voronisch, ich kenne sie nicht. Ich kenne den Trainer schon seit Jahren, Michel von Reit, gerade Schwarzgurt gewonnen unter Roberto Atala, einem sehr alten Freund von mir, mit dem ich schon lange zusammen trainiert habe. Der ist übrigens auch ein Trainingspartner von meinem Lehrern, Pedro Atala. Und Thorsten Wunderlich kommt aus Dorfmark. Oh, schöne Rechte von Wladimir gleich zur Eröffnung auf Skimm. Der hat auch einen guten Boxing-Background. Oh, ganz harte Kombis und der legt richtig den Vorwärtsgang ein, der Wladimir. Da sollte Thorsten mal nicht so viel rennen. Der schafft das nicht, stehen zu bleiben. Da muss er aufpassen. Jetzt geht er schon wieder. Da schauen wir mal, ob ihm irgendwann die Puste ausgeht. Das glaube ich nicht. Das sind richtig harte Fäuste. Die sind perfekt von der Distanz und gut getimt. Aber Thorsten hat auch noch nichts entgegengesetzt. Bis jetzt versucht er ihn nur über die Distanz. Er ist auch bedeutend langsamer dadurch. Da war der Kai. Der rechte Tritt zum Kopf, der war völlig drin. Da sind die Lichter aus. Und der Ärzte-Team kümmert sich sofort um ihn. Und dank Sport passiert Wladimir Piquero ist der Sieger des Kampfes. Und da sind die Überlegung. Oh, ja, ja. Tschüss. Gallaghi. Ich Materie. 紅 – ron. Eternum.